Ich bin Marianne Henni von Guckischberg. Seit 31 Jahren haben wir hier einen Hof und die Bauern. Wir sind mit drei kleinen Kindern hierher gekommen. Wir haben gefunden, die Haken statt die Worte. Wir versuchen seit 31 Jahren hier etwas umzusetzen, Mühe zu geben, dass der Boden eine Qualität bekommt, die ihm artgerecht ist, dass wir Wassersorg haben, dass die Tiere gesund sind und dass der ganze Kreislauf stattfinden kann, wie er im Natürlichen gegeben ist. Und warum nicht mehr Leute wachsam sein, was sie in sich hineinnehmen. Dass es eine gute Qualität ist, dass wir auch gesund bleiben, dass wir weniger Krankheitskosten haben. Darauf möchte ich, dass noch viele mehr Leute wach werden. Und darum finde ich die Trinkwasserinitiative einen ganz guten Ansatz, etwas zu bewegen und viele Leute mitzunehmen. Sagt ja und unterstützt sie. Das ist ja nicht. Es ist diesbezulegen. es ist ein wenig Teil. Wenn die Kiste kommt, wenn man mit dem Kiste kommt, ihr seid und wirklich seid. wir haben die Kiste. wenn man die Kiste abgesagt, das ist dann ein bisschen besser arm. Und da sich eine Kiste wiederformulzeit.